Vielen Dank, dass ihr hinter alle so zahlreiche Schiene seid. Hier werden wir jetzt das erste Mahnmal in den Kanton Wallis aufstellen, wenn irgend so Sachen passieren, weil ich nicht zählte. Also ich übergebe jetzt kostenoffiziell den Ruppen mit Platten Nummer 1 als offizieller Staatsakt. Ich wünsche viel Freude mit dem. Gut, vielen Dank, Herr Staatsakt. Ich würde auch gerne, dass die Nummer gleich wieder direkt übergeben. In meinen Augen, dass ich hier den Staatsakt rumreise, wäre ich froh, wenn ich mir das hier an das Mahnmal drachlemmen würde. Vielen Dank. Das Mahnmal ist eine super Sache. Das ist besser geworden, was ich mir heute gedacht habe. Und das stellt genau unser Kanton dar, wie der momentan ist. Mit Zacken dran. Also was ich sehe kann, wenn man dem Kantons nachkommt, sehr stark verletzen kann. Im obersten Gremium haben wir gestern noch zwei Stunden miteinander diskutiert. Und dann habe ich ihnen gesagt, man könnte eigentlich die ganze Sache noch abblasen, wenn man nacheinander eine Einigung finden würde. Aber so wie das in diesem Apparat geht, sind so viele Schäfen und keiner kann irgendeine Entscheidung fällen. Ja gut, ich bin ja hier, nur um die Plakots zu bereichen. Weil immerhin 161 Fr. ist ein schweizerischer Rekord. Ich meine, das verliert schon gerade, dass der Staatsakt sich bewegt und von Ort anwesend ist. Er ist auch ein grosser Stierzahler. Einer der größten im Wallis sind 300 Arbeitsstellen verbunden mit dem. Also bitte, okay. Das ist für die Kontrolle wichtig. Das Zweite, was ich jetzt machen kann, ist höchstens das Bauern im Stall zu thematisieren. Und schauen, ob irgendwie über einen Dialog noch eine Lösung gefunden werden kann. Ich glaube auch nicht. Ich will ja nur ein kleines bisschen Boden, das mein Vater von 50 Jahren gemacht hat, das wir dann verkaufen. Nur das ist eigentlich das Ziel, was eigentlich auch ein normaler Vorgang ist, wenn man im Wallis in anderen Stellen auch machen würde.